Du machst, ne? Moin, sinds und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickfast! Zusammen mit Beefus 677612 gegen Bo-Strich-Borat-MC-Tauli Zusammen mit Beefus hab ich schon Und wir spielen auf der Map Warzone 1-2-2 Genau, ich bin jetzt wieder entwandt endlich Und dann hab ich Testmix direkt heute für Whiteshack gemacht und hab auch direkt bestanden Im First One, Respekt, Bruder Komm, wir tanzen! Okay, bleib stehen, sag nichts! So, jetzt können wir starten Wir wollen TM Ja, lass sie einfach in der Hoffnung, dass Gecko irgendwelchen Venoms-TMs gibt, ja? Ja, ja Weißt du, wenn du nach TM fragst, antwortet er dir gar nicht Ich hab die Erfahrung zusammen mit Brave gemacht, der kommt nur zu dir, wenn du nach dem 2-2-2 fragst Und nur wenn du sagst, wir erfahren alle anderen So was nämlich bei mir und Brave Okay, heute mal ein bisschen Thema Glitschen Ach, Glitschen! Beste, wollte ich nur sagen, wa? Ja, also Ohne Witz, ja? Ja, also wäre das jetzt okay, wenn ich glitschen würde? Achtung, von links kommt die Ja, natürlich Also von hier Ich bin schon da Es ist... Wow, von rechts Ja, Moment, den hol ich mir Den hol ich mir Nein, da kommen sie beide Der hat nix mehr Oh mein Gott, mein Aim Warrun hat nix mehr Nice Boah ey, ich hab so viel Score gekriegt, ey Krass, krass Boah, Alter Ich hab gedacht, du hast den so viel gezogen Na, ich hab den einem ja auch fast alles gezogen Du bist gerade auf Bohrengang und den hast du nur alles gezogen Achso Der andere hat, glaub ich, kein Premium mehr Ich weiß es nicht, das ging Das ging... Es war schwer einzuschätzen Achso, die kommt wieder über links Die kommt wieder über links Jetzt ist er bei mir Jetzt hab ich n' Oh, Leute, wie? Was? Hab ihn Ne Geh du lieber auf Fernkampf Ich fick' um deine Mom Sagt Akklo nix Ich glaub, das will er lieber nicht Jaja Weiter Alter, kennst du Cartmans seine Mutter... Seine Mutterwitze? Ich musste die so... Cartman hat einmal... Wollte einmal in so einer Folge Das ärmste Kind der Schule sein Und war das dann auch Und er hatte da solche Sprüche rausgehauen Wie... Meine... Äh, ich... Wir sind so arm Ne, Quatsch, meine Mutter ist so arm Sie fruchtelt mit dem Eis am Stil rum Und nennt es Klimaanlage Oder Meine Mutter ist so arm Sie läuft mit einem Schuh auf der Straße rum Und wenn man sie fragt, ob sie einen verloren hat Sagt sie, nein, einen gefunden Nein, da ist MC Dauli Ich hab dir noch ein paar Hits gegeben Jetzt hab ich mich zu sehr aus Cartman gelabber Äh... Gedingst Wo sind die denn alle? Die sind bei mir, Alter Du kannst auch mal zu mir... Ja Es ist nicht so Ich bin grad gestorben Und sage, der ist bei mir Hm, wo sind die wohl? Ich hab überlegt, dass sie ihn vielleicht wieder zurückgegangen Shabakoms ist Kombination am Dingensbums Der hat gar nix mehr Mit einer P Irgendwie merk ich grad nix von deinem Fernkampf-Aim Was ist denn los? Lol Und ich merk grad nix von meinem Nahkampf-Aim Wollen los? Nein Weißt du, wie geil ich mich grad fühle? Wenn du mit Brave spielst, ist es genau umgekehrt Ich hab deinen Score und deine KD Echt? Ja Nur halt mit dem kleinen Unterschied, dass Brave jetzt halt anstatt zwei Downs vier Downs hätte Guck, ihr habt wieder von beiden Seiten Ja, ich hab's schon gemerkt Ja, die kommen Alter Tau, die hat keine Rüstung mehr Muss eben einmal Dings kaufen Genau Er muss eben kurz sein Aim-Bot rein Und wir bitten, diese kurze Entschuldigung zu verzögern Äh, diese Verzögerung zu Entschuldigung Es tut mir einfach nur leid, ja Was laber ich denn, diese kurze Entschuldigung zu verzögern Ja, ja, lass ihn doch Alter, hast schon mal mit Gegen-Brave gespielt Das ist nicht mehr feierlich Der Junge glitscht wie der Weltmeister-Hüspel Warte, geh nicht Guck mal, jetzt kommt wieder einer vorne hinten Ich bleib jetzt nur auf Fernkampf, ich hab keinen Bock mehr Du machst das mit Nahkampf, geht's mir schön, die Kids, okay? Ja, so machen wir's Woran hab ich, aber ich hab kein Prämie mehr Der ist hinter mir Ich brauch Klopapier Okay, ich will heute probieren, dass ich kein Kill schaffe Sondern nur Assists kriege Ja, das ist ja keine Kunst Du lässt die einfach bis 1 HP und dann stack ich die mehr Alter Schwader Da war ich weg Ja Pass auf, die kommen jetzt hinter die, hinter die, hinter die, hinter die Nein, wir gewinnen Nein Wir verlieren Ach lol, wir sind ein blaues Team Ich dachte, wir wären rotes Oh mein Gott, richtige Fail-Runde, wenn man aufnimmt, Alter Echt, ich nehm trotzdem noch weiter auf Auch wenn man verliert, ganz ehrlich Ja, vor allem, wenn du dauernd nur gewinnt, hochlädst Und dann nur, zum Beispiel, kein Scheiß Wir haben halt 2 Von der, von der Seite, von der Seite Ja, ich weiß schon Wir haben 3, 2 und 2s gegen welche gemacht 2 gewonnen und das letzte verloren Weil sie gecampt haben Und das haben sie dann hochgeladen Ja, ich hab ein Kill Guck mal, mit einem Kill direkt 600 Score oder so bekommen Gelapp Das geht Torino 500 Ja, dann halt 500 Biste brutal, Bruder Lol, 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 Alter, hier oben ist während der eine Stelle Komm mal bitte zu mir, komm mal bitte zu mir Ja, ich bin halt ganz oben auf dem Dach Ich war doch der Beste in der Waldorfschule beim Klettern Vergiss das nicht Ne Ja, hinter dir Früge sagt Nein, der hat kein Prämie mehr, der hat nix mehr Der ist Den furzt einmal ins Gesicht und der ist tot Vorziem ins Gesicht, der stirbt sofort Ey, Beef ist aber, ich spiel noch grad nicht Der hat, der andere kommt von der Seite Dieser Boran, der regt mich richtig auf Der kommt entweder von hinten, dann von Nein Ohne Scheiß, ja Bevor du jetzt irgendwas bewegst, tust oder pupst Warte auf mich, wir laufen jetzt zusammen Und dann stirbst du nämlich auch nicht so schnell Vielleicht nehme ich auf, dass wir grad nur einzeln drauf rushen Ja Ganz rechts ist einer hier Hier Ich hab übrigens so Nachschub für Leichte mit Na, also frag nicht Der andere kommt von rechts Den krieg ich aber Kommt von links Hab ich, hab ich rechts gesagt? Ich hab links gemeint Das, das andere links, weißt du? Der hat nix mehr, Mann Ich weiß ja, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass du gerade gnadenlos scheiße bist Ja Oh, soll ich das nicht sagen? Für deine lieben Abonnenten? Ach, ist kein Problem, Leute, jeder hat mal solche Tage Nein, vorhin war ich so noch gut Nix mehr Ja, Moment Ja, Moment Lol, meine Jump'n'Runs-Skills sind gerade ultimativ scheiße Alter, hier nach dem dritten Anlauf bin ich erstmal oben Nice Der Typ hat nix mehr Oh, da ist dringend noch einer! Geh, geh, wo? Da, wo der andere gestorben ist, der kommt mit Nee, der ist hier Hab ich Lol, der zieht mir noch Prämie, ich fass es nicht Prämie? Lalalalalalalalalalalala Weiß Warte, der Boran kommt von ganz... Ja, Moment, der kommt doch jetzt hier, oder? Okay Moment Komm, 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 komm! Ja! glich härs Ich hab auch nicht mehr so viel ich war OneHit Pass auf, wir warten jetzt noch mal beide. Der hat nicht mehr so viel, oder? Wie viel hast du eben noch gezogen? Jetzt saufen wir noch mal beide auf die drauf. Ja, okay. Das Problem ist halt, ich hab keinen Woppy, das heißt, wir müssen das so schaffen. Der eine ist oben. Die sind hier oben. Beide? Der ist runtergefallen, hier nach unten. Einfach drauf. Der andere kommt noch, pass auf. Fuck, rette mich! Jo, nice, wir wären... So, kommt, komm, 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 wir gehen jetzt einfach noch mal hier hin campen. Was für ein Video, Alter, wir beide. Nicht, wenn du jetzt noch mal stirbst, ich bring dich um, mein Lieber. Guck, guck! Oh, 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 oh! Komm, komm, ja, das haben wir... Ja! Win! Na, wer sind die größten Oberskiller im ganzen Dorf, im ganzen Dummhaus, Deppenshausen? Scheiß drauf! Wir haben gewonnen! Bora, nimm sie toll, ihr könnt nix, ihr Lappen, ihr Blubbinder. Okay, meine Leute, nächstes LP, ich spiel ich mich vorher mal ein. So, abwechselnd mal nicht, scheiße. Ja, okay, wem's gefallen hat, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ciao. Genau, ciao.